Ich habe gehört, hier werden die Genehmigungen ausgestellt für Straßenkünstler. Ja. Wie viel kostet das pro Tag? 5 Euro. Was für eine Art Straßenkünstler machen Sie denn? Zeichnen. Ja, wie auf Stafflei oder? Ja, Porträts auf Papier. Ja. Aber Sie verkaufen dieses Produkt? Ja, also ich gebe es ab gegen Geld. Das dürfen wir nicht Genehmigungen. Das dürfen wir nicht, nur wer wirklich am Boden malt, auf Folie oder Leinwand oder was, also das wirklich nicht so gut.